Liebe Leute, ich sag's euch gleich, es gibt nichts geiles wie eine Räume im Teich. Huh, schön ist das. Ja, und jetzt kümmern wir uns wieder um die bürokratischen Dinge, bisschen am Facebook, mal schauen, wer so da ist und ein bisschen zusammenräumen und dann kommen wieder Klienten und ich hoffe, du tust auch gerade das, was du jetzt da möchtest. See you!